Hi Leute und sehr herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mario Kart 8 Online Ja und heute gibt es ein weiteres 1.1. Ich habe ja schon oft eine 1.1 gespielt Doch jetzt, meine lieben Leute, haben wir einen Kollegen am Start, der schon mehr Punkte als ich hat im Online Ranking Und zwar der Dennis, sag einmal hallo Haha, genau Ja, ich bin auch ein YouTuber, Gottverwissen und ich bin gerade mit Paper Malen, wenn ihr das euch reizkriegen wollt, kommt zu mir rüber Ja, er heißt, äh, Dennis, äh, Leerzeichen 2002 Ja, ich, äh, setz mal in die, äh, Videobeschreibung Warte mal, also dann werde ich erstmal kurz cutten, äh, und dann sehen wir uns gleich im Rennen So, da geht's weiter Ich, wie ihr seht, ich wohne in Nordrhein-Westfalen Und er wohnt in, äh, Thüringen Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war mit dem erwähnen, aber, ja Wie gesagt, äh, jetzt, äh, fahre ich mit der Besten, mit der beliebtesten Karosserie auf der ganzen Welt Äh, und zwar mit Morten, äh, mit dem Blutfalen, ist wirklich die beliebteste Wow Ey, der hat mich fast gegen die Kugel gerannt, der Dennis Dass er schon, äh, kleinen Vorteil hat, das, äh, muss man ihm anmerken So, dann muss ich mal jetzt, zack, bumm, bumm, bumm So, ich fahre extra hier lang, damit, äh, nicht von dem getroffen wird, was hat denn Der hat keine alte Nein Ich hätte eben fast getroffen mit meiner Green Chill Oh, Leute Aber es wird ja meistens, äh, nicht so richtig auffallen So, zack, dann baue ich mal hier noch weiter Ich hab ne Bombe, aber, ich warte noch mal, bis, äh, äh, da ankommt Komm schon, die Bombe muss, die Bombe muss treffen Nein Der hat kein Item und ich hab ne Red Shell, das wird, das kommt Komm, komm, der hat kein Item, komm Yes Du wirst ja getroffen Komm schon Der hat ein Bike genommen, der hat jetzt ein Jet Bike Oh, ich hab ein Fehler gemacht Und jetzt kann ich ja hier vorbeiziehen Leute, das kann man sehen Also wie gesagt, ich, äh, hau sein, äh, YouTuber nochmal in die Beschreibung rein Wie gesagt, äh, Dennis, Leer, Leerzeichen 2002 Oh, nein, der Triple Red Shell, oh, nein Nein, 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 scheiß Aber naja, Leute, da muss man mit leben Dann sind wir gleich beim zweiten Rennen So, meine Map wurde ausgewählt Die Partystraße Weil er hat nämlich auch die DLC-Strecken Da lachen wir uns Wir können alle Maps nehmen So, jetzt versuche ich mal Den Dennis da abzuhängen So, zack, 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 bam, bam So, zack, 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 bam So, hier die Münzen einsammeln Und jetzt Zack, zack, bam Feierhoppen Der ist schon weg So, ich bin auch ein Master Nein Ha, der hat aber auch gefällt Der hat nicht gefehlt Was zur Teufel Alter, das ist jetzt aber Hardcore gerüst Zack Boom, 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 boom So, jetzt muss ich aber schaffen Yeah, sonst hab ich die Abkürzung geknackt So eine Ratchet zum Blocken Ja, sonst hab ich die Abkürzung Ja, sonst hab ich die Abkürzung Oh mein Gott, der hat da hinten Kugel, Willi So, da ich eh gewinne, ähm, sagt sich das leicht Joke Jetzt haben wir 4,4 Gleichstand, äh, da würde ich sagen, kann ich das so bleiben So, meine Map wurde ausgewählt Ähm, ja, der Wolkenstraße, da hat Domtendo auch einen leichten Vorteil, finde ich Also, also ich glaube, Domtendo, meine ich ja jetzt, ähm, der findet diese Map eigentlich auch gut Weil der hat ja auch in, äh, Mario Kart 8, äh, Deluxe gewählt Ich verstehe echt nicht, wieso so viele Leute schon eine Switch haben Weil ich kenne, äh, ein paar aus meiner Freundes, die sich schon eine View haben Zum Beispiel der Karte, der mich schon 1,2,1 gemacht hat, der hat auch schon eine Switch Äh, ich hab mich auch mit einem, mit einem Paym angefreundet, der hat auch einen YouTube-Kanal, der hat auch schon eine Switch Kalutzer hat auch schon eine, ne, dachte ich mir einfach nur so Ey, wie reich sind die Typen, Leute eigentlich? Da dachte ich mir, komm, das ist doch jetzt, äh, unglaublich Aber, meine lieben Leute, ich bekomme sie auch, irgendwie, ich bekomme sie auch schon bald, ähm, wenn, ähm, wenn, ähm, ich, entweder, der hat wieder eine Trap Bay Red vor OP ROAD WEG Du-du-du-du-du